Hallo YouTube und herzlich willkommen zu meinem kleinen Informationsvideo. In diesem Video möchte ich gerne meinen Channel vorstellen. Im Hintergrund seht ihr noch Black Ops 2 Gameplay, welches nicht von mir erspielt wurde. Und ja, also wie gesagt, ich möchte gerne meinen Channel vorstellen. Ich habe mir das Ganze halt so gedacht, ich will mir Anfang nächsten Jahres ein Aufnahmegerät besorgen für meine Xbox. Und eigentlich war der Channel halt nur dazu gedacht, dass ich Call of Duty Gameplays hochlade. So, halt jetzt, wenn Black Ops 2 kommt, ist ja auch jetzt nicht mehr so lange, dann das auf jeden Fall eine ganze Zeit. MW2 vielleicht auch noch, ist ja eigentlich ein recht gutes Spiel, sage ich mal, spiele ich persönlich bis jetzt am liebsten von Call of Duty. Und ja, was ich mir noch dachte, warum ich halt nur jetzt Call of Duty Gameplays machen soll, wäre langweilig, gibt es schon viel von, mache ich auch noch Let's Plays. Nur damit das Ganze halt nicht so langweilig wird, dachte ich mir das so, die Leute, die mich abonniert haben, können in den Kommentaren schreiben, ich wünsche mir jetzt, dass du mal dieses und dieses Spiel Let's Plays, dann kann ich gucken, das Spiel, ob ich das zu Hause habe, wenn nicht, kann ich es auch besorgen. Ist überhaupt kein Problem, werde ich dann Let's Playen. So, aber damit das Ganze jetzt halt nicht zu viel wird und ich halt auch nicht jetzt den ganzen Tag Zeit habe, sage ich mal, kann ich nur begrenzt Spiele hochladen oder Let's Plays hochladen, die gewünscht werden. Und da ich ja auch nicht alles zu Hause habe, ist das immer das Problem mit der Besorgung und so. Kann man zwar besorgen, aber geht halt nicht, sage ich mal, ich kann jetzt keine 10 Spiele oder so im Monat da besorgen, die ich nicht zu Hause stehen habe. Von daher ist das natürlich alles irgendwie so ein bisschen dann ein Problem. Und dann dachte ich mir halt, mache ich zwei bis drei Spiele, je nachdem, wie lange die Story ist. Let's Play ich, die sich halt die Leute wünschen und werde halt gucken. Ich kann auch, denke ich mal, nicht alles besorgen, das müsstet ihr dann auch verstehen. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, so gut wie möglich alles zu kriegen und auf jeden Fall das dann auch für euch zuletzt playen. Ja, also, das Ganze wird auch nur für die Leute sein, die mich abonniert haben und, ähm, oder beziehungsweise ich werde nur halt von den Leuten, ähm, Let's Play Wunsch hochladen, der mich abonniert hat, damit das halt nicht so aus dem Ruder läuft und das wäre halt sonst viel zu viel. Und ja, dann hoffe ich halt auf jeden Fall mal, dass ich mit dem Channel wenigstens etwas bekannt werde, ein paar Leute vielleicht Spaß dran haben, mich unterstützen. Die Leute, die mich gerne unterstützen möchten, gerne abonnieren und mir helfen, mich verfolgen halt, wie das halt so geht hier auf YouTube. Und, ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen schon. Ich werde, ja genau was noch war, ich werde auf jeden Fall versuchen, ähm, oder ich werde auf jeden Fall immer alle Kommentare, die ihr mir unter den Videos schreibt, lesen. Ich werde auch versuchen, so gut es geht, auf alle Privatnachrichten einzugehen und jeden zurückschreiben zu können. Und, ja, so im Großen und Ganzen war's das jetzt eigentlich. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was ich besser machen kann oder was jetzt halt schon gut war oder was auch nicht gut war, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich werde es mir zu Herzen nehmen, werde es beim nächsten Mal natürlich versuchen, besser zu machen. Und, ja, wie sagt man so, aller Anfang ist schwer und ich freue mich, dass ihr mich dann tatkräftig unterstützen werdet in meiner Zeit mit YouTube. Und, ja, dann würde ich sagen, genießt noch den Rest des Gameplays und wir hören uns dann spätestens Anfang nächsten Jahres. Bis dahin. Und, ja, dann würde ich sagen, genießt noch den Rest des Gameplays. Und, ja, dann würde ich sagen, genießt noch den Rest des Gameplays. Und, ja, dann würde ich sagen, genießt noch den Rest des Gameplays. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020